Danke, brav. Boah! Servus, Leute! Was geht? Und willkommen bei einem neuen Video. Ja, Leute, Emi ist gerade auf dem Weg zu mir. Wir wollten beide zusammen zum Friseur gehen, obwohl ich nicht mal Haare hab. Yeeeeh! Und ich warte auf ihn und, Leute, erstmal fetten, fetten Dank an Leandro Lopez. Ich hab von ihm die Schuhe bekommen, Leute. Auf jeden Fall, Leute, hat mich Emi dann die ganze Zeit gefragt, Jo, Herr Ratsch, kannst du mir mal die Schuhe bitte ausleihen? Lassen wir mal die Schuhe aus. Dann hab ich gesagt, ja, hier, komm, nimm sie. Dann hat er die immer angezogen gehabt und, Leute, Emi schwärmt von den Schuhen. Übertrieben. Und ich hab mir gedacht, Jo, weißt du was, Alter, machst du ihm mal eine Freude. Emi, Bro, wenn du das siehst, ich hab für dich die fucking Schuhe, Bro. Aber das Witzige wird sein, Leute, wenn ich ihm die Verpackung und alles geben werde, wird Emi denken, ich mache ein Prank und das sind nicht die Schuhe, aber Bro, doch, das sind die Schuhe. Ja, Leute, die Schuhe werde ich Emi schenken. Und nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank an Leandro Lopez. Ich hab von Leandro Lopez noch zwei weitere Paar Schuhe bekommen. Ich hab sie leider gerade nicht bei mir. Ich blende sie euch mal ein. Auf jeden Fall, Leute, warte ich jetzt, bis der Emi kommt und dann werde ich ihm die schönen Schuhe geben. Mal gucken, ob er sich freuen will. Und Leute, einige fragen mich, wann kommt endlich die Auflösung bei dem Sneaker-Video. Ja, Leute, das wird demnächst kommen. Ich warte gerade noch auf ein paar Schuhe, bis die angekommen sind, alle Leute. Und Leute, ich hab eiskalt nochmal ein Paket von Leandro Lopez bekommen. Ich zeig euch mal ganz kurz die ganzen Sachen. Und wir sehen uns jetzt bei Emi ist Reaktion wieder. Der Emi ist jetzt vor der Tür und wartet da. Und wie gesagt, ich bin voll entspannt, wenn der geht. Weiter denken wir, das sind meine Schuhe. Das sind deine. Gib mal her. Mach mal die Tür auf. Was, wie lange hier brauchst du denn, bis der ist? Ey, mach gerade Snapchat. Warte, warte, lass mal hier, warte, lass mal da. Ich mach gerade Video, lo. Ja, Mann, ey. Ich schmeiß mal mein Taschen nach hinten. Und meine Tomaten. Tschüss, was geht das? Und... Ey, was geht da? Was ist falsch, man? Der ist falsch, man. Ja, Leute, was ist das? Ja, Leute, was ist das? Willst du was sagen, Digga? Ich drehe gerade Video. Was für eins? Ich habe ein Geschenk für dich, ne? Nein. Doch. Tschüss. Als ob du mir das schenkst, na, Mann. Ja, Mann. Tschüss. Er machte mich immer Fake. Hauts durch, du gehst ausdrinnen, na, Mann. Danke, Brach. Boah! Was? Ja, Mann, ey. Das Ding ist, ey, Leute, ich schwör's euch, ich trage sonst immer gefälschte Schuhe, ne? Und das weiß der auch, weil... Wer weiß, ich will kein Geld dafür ausgeben und... Keine Ahnung, ey. Deshalb passt das voll so. Jetzt habe ich einmal originale Schuhe so. Meine zweiten originalen Schuhe so. Ihr wart live dabei, Digga. Ihr habt's gesehen. Ey, danke, Bruder. Ich küsse dein Augen, na, Mann. Alles gut, Bro. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, die Schuhe gefallen dir, Bro. Die gefallen mir voll, Digga. Auf jeden Fall, Leute, sehen wir uns morgen beim neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Schuhe. Schuhe.